Tag Gemeinde, hier sind wir wieder bei Let's Fets Together, mit dem guten What for All hier. Ja genau wie immer, allein geht da nix. Genau wie immer, wie immer. Allein geht da nix gebacken. Ich dachte ich könnte mal hier Geheimprojekte alleine machen, aber immer dann kommt er, immer und immer und immer. So ist er, mich wirst du einfach nicht los. Wie geht das Lied, ich werd sie nicht mehr los, kennst du das? Ja ja, ich werd sie nicht mehr los. Das ist cool, das Lied. Ich hab heute auch ein cooles Lied gehört. Was denn schon wieder, das war ein Schlag oder was? Das kennen bestimmt viele, das heißt Mütze. Mütze sagt man grad gar nix. Mütze, ja das ist auch von ein paar YouTubern. Okay, nice. Echt ein cooles Lied. Also rein selbst gemacht, so irgendwas. Ja ja, Mütze hier, jetzt kommt hier grad eine Mütze rein. Ja, mit theorisieren da einfach. Ey, hast du Feuer auf deinem Spiel heute oder was? Aber sicherlich. Ey. Aber sicher, hab ich voll hier Looting 3, Schaden ist 5. Voll die Glitzer ey. 2 und Unbreaking. Schon voll weiblich du, ne? Ah ja, ihr seht Leute, wir sehen jetzt auch wieder die Items der anderen. Haben wir gefixt. Ja. Ja ja, cool. Endlich. Das war voll ätzend. Man hat immer nur gesehen, dass irgendwas abgehauen wird, aber... Nicht was. Man hat nie gesehen, wo es herkommt. Genau. Das war scheiße. Ein Dank an den User, der das rausgefunden hat. Name wollen wir keine nennen. Äh, wer war das denn eigentlich? Ja, wer wohl. Ja. Sein Möchtegern. Weißt du, was ich meine? Unsere LED. Ja. Ja, genau. Ich sag. Gut. Füße an unsere LED. Ja, LED. Hallo. Wir lieben dich. Dich und deinen Arsch gesiegt. Ah, du Kack. So. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen was machen, sonst stehen wir hier alles nur rum, ey. Du hörst die wunderschöne Solarzelle? Ja gut, die machst du. Ich mach... Ach so, okay. Ich mach was und ihr... Lasst euch einfach überraschen und seht dann... Was ist wie? Und seht dann. Wir haben ein Szenarium, weil wir 6 EU-Methods bekommen haben. Nach wieviel Jahren? Äh... Jo. Einigen. Einigen Jahren. Unser Herr... Klubabierscheißhaus hat natürlich das Rezept wieder falsch gemacht. Warum? Hybride. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie es stimmt. Da fehlt irgendwas. Was? Echt? Äh... Etch... Achso, da fehlen noch die Iridium-Dinger da. Achso. Die muss ich noch separat reinmachen. Okay, passt schon. Was? Was hast du gehabt? Was hast du gehabt? Du bringst mich ganz durcheinander, ja. Ja. So, das brauchen wir. Hm. So, jetzt. Oh ja. Überriech zu Latzele. Traumhaft. Weiß... Convey... Convey your belt. Achso, die Förderbänder, ne? Äh... Ist die Stromversorgung eigentlich so gebaut, dass sie das aushaltet an Strom, was wir hier liefern? Weißt du das? Äh... Irgendein Vorkoffer hat die ja umgebaut. Ja, aber wer war das nur? Wer war das nur? Äh... War das nur? Also, jetzt direkt leitende MFSU 512 haltet ihr aus. Das geht ihr aus. Äh... Bei Redstone... Äh... Ruber... Super! Ey! Alter! Ruber... Redstone... Schau! Redstone... Und... Iron... So... Und... Jetzt macht's BUM! Mensch, das ist doch unglaublich. Ach, die Uhr, naja. Dann gibt's mir ne Aufnahmen und dann krieg ich... Krieg ich's im Hals. Ne, das hab ich auch immer. Könnt ich... Können wir mal schlafen gehen, alle zusammen? Wollen wir zusammen schlafen gehen, ja? Gehen wir alle alle schlafen? Okay. Ich leg mich, äh... Ich leg mich da hinten in mein Bett. So... Ja, ab in den... Und dann... Hopp! Mit was zu essen in der Hand, schön... Tinten... Panierter Tintenfisch. Panierter Tintenfisch, okay. Panierter Tintenfisch, okay. Panierter Tintenfisch. Ja, komm. Ich hab bisschen Tintenfisch geklaut. Ist schon wieder Tag, haben wir Glück gehabt. Neuer Tag, neues Glück, oder? Ja. Und jetzt... Ja, damit wir mal... Die Hälfte... Genau. Jetzt gehen wir ein bisschen in Technik, ein paar Computer und so, ne? Leck, ja. Klee und... Haben wir noch Klee? Klee, müssen wir noch... Sagst du Klee, du? Ja klar, haben wir noch Klee. Und hier da sind die, hier die... Das Squid Tentakel! Tentakel! He, du bist wohl so ein ne Tentakel! Hab ich was vergessen? Ja, dein Kopf. Oh, den hab ich heute Morgen im Bett vergessen. Ja, und das Gehirn? So. Hat ein Zombie geklaut, oder wie? Ja, das äh... Das kann ich nicht gleich was sagen. Ich hab ihn gerade verklopft, aber hat's mir nicht gegeben. So, zweimal Supercomputer. So, einmal die Freibe, und einmal die... Dann uns einen guten alten Plea-Rektor. Ey, die waren wir nicht. Blase! Ne, Blase nicht. Blase! Blase! Ich... Ich... Blase! Doch, Blase! Doch, Blase! Ja, doch, Blase! Ja, ich hab' noch Klick. Hm, manchmal kann ich sehen, wir haben sowas wie ein Pulverisierer, ja, hier. Genau. So, jetzt machen wir das und das. Und das. Das und das. So. Und das. Entschuldigung. Also, wir bauen ja zweimal den Plea-Detektor, haben wir gesagt, ne? Ja. Ähm, genau. Gehen wir mal hier runter, weil... Natürlich alles für unser... ...akwchen hier unten, was wir hier unten bauen. Und wieder feinarbeiten mit meinem... ...Strelierer. Also, es gibt nur wieder nur Zelsen-Hose. Ja, deswegen... Ich wollte ja tauschen, aber du wolltest ja nicht. Drei. Ich hätte dir einen ohne irgendwas gegeben, hättest keine Probleme. Aber du willst mich ja nicht. Da hab' ich keinen Stein einsteigen, ich bin... ...Stone. Ich brauch' Stone, 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 Stone. Zweimal Plea-Detektor hab' ich. Geh' mal gleich aufbauen, bevor dieser Vollpfosten da das abbaut. Stone. Ah, der reicht hier wieder alles ab, ey. Na klar. So, hier unten kommt ein schöner Computer. Und da oben drüber der Plea-Detektor. Der Spiegel unten auch mal. Computer. Hm, wohin macht man da mein Computer? Ey, guck mal hier. Wollen wir korrekt? Ey, konkreter. Komm mal rüber. Wo bist du denn? Ach, mein Tabsharpet gefällt mir immer besser, ey. Hat sich schon wieder... ...da klein rumgefuschelt. Also müssen wir jetzt... Einfach hier hin. Ah, Mann, ey. Dieses Ding, ey. ID? Was hat der für eine ID? ID? 31. Mach das einfach. So, dann brauchen wir nicht. So, save. Exit. 31. Und da oben haben wir... Ey, was muss du da, ey? Voll der Konkrete, ey. Ey, ist natürlich... Oh. So. So, jetzt müssen wir hier das... Ding, ding, ding. Was geht der? Das ist das Gute. Der, der... Refinite, äh... hier Reinforced Stone, der ist natürlich auch schnell damit abgebaut, gell? Das ist klar, deswegen hab ich ja dich das Akkabee bauen lassen, haha. So. Du wolltest... Du wolltest mich nur ausnutzen. Du wolltest nur meinen Körper... Nur mein Körper würde ich nix mehr. Ja. Aktualisieren. Ey, warum sind denn hier... Refinite Reinforced Stone? Kann man das mal einem Mensch sagen? 31. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall noch... Kopieren und das setzen. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, mein Programm. Ich hab' noch... So, zack. Expand Stream. 13. Okay, doch ein Fehler, ein Programm. Das war so nicht geplant, Leute. Das ist doch blöd hier, das... so wächst, sonst haue ich nämlich gleich das Ding ab. So, dann setzen wir den mal wieder da hin. Boah, ich bin so blöd! Naja, aber eigentlich ist die beste Weg zur Besserung, sagt man so schön, ne? Blöd, ich bin blöd. Blöd. Ich bin grüße an Müd. Möd, ich bin blöd. Ich bin blöd, 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 blöd. Extendents zwingen. Was wird da von mir? Blablablablabla... Extendent... Extendent... Na egal, das Programm werde ich dann auf Lennung mal schreiben. Ich bin grad zu faul dazu da jetzt mich darum kümmern. So, vergeht die Zeit. Ich hab das gehört. Ja, ich weiß nicht, was hat alles für ein Fehler sollte klappen. Eigentlich. Was passen du hier wieder für eine Baustelle, ey? Naja, das ähm... Ja, das hat alles seine Richtigkeit, ne? Das hat alles seine Richtigkeit, ja. Weil wir sind ja faule Menschen. Genau, und den Rollstuhl. Und unsere... ...Fauleheit... ... bin ich. Genau. So. Äh, was mach ich noch, haben wir gesagt? Ich weiß nicht. Oh, hier war's glaub ich bisschen dunkel, da hab ich gar nicht schon gedacht hier. Ja, du musst halt immer schauen, dass du schön Fackelchen aufstellst. Damit die Leute was sehen. Ich bin hell hier, damit ihr auch alles sehen könnt. So. Na komm weg da, du blöd Vieh. So. Bienen können wir auch mal wieder richtig durchstarten und anfangen und so. 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 Das machen wir nämlich. Du bitch. Du bitch. Speed, wenn er um... Ich könnte ja theoretisch schon anfangen ein bisschen Reaktor Setup machen, oder? Oder haben wir für mich irgendwas Besonderes vor heute? Oder ja, ich... ... ich buddel mal unten ein bisschen... ...die Leitung. Aber da ist besser, wenn du puddelst. hier der MFSU können wir ja auch unterbuddeln mal eine Leitung wo wird die MFSU überhaupt befüllt also da hier müssen wir genau präzise Arbeit machen voll konkret problem no problem no problem das ist natürlich Buschel Arbeit vor dem Herrn es ist schon wieder so heiß es ist schon wieder so heiß draußen ey mal fress ey ja es geht bei uns ist so eine brutal letzte bei uns ist wohl auch Sonnenschein aber halt trotzdem auch ein bisschen Wolken und so also genau richtig angenehm meiner Meinung nach uns ja auch hinter den Bergen irgendwo ja neben den sieben Zwergen eben so das sind wir auch voll daneben aber egal voll daneben ey wir sind hier und da sind wir hier sind wir das ist ein Lied oder sowas davon echt ja irgendwas ja das sind ja nur in Österreich die Lieder ja genau nur in Österreich hat er Franzosen gesungen nur in Österreich voll österreichisch schau dir mal an was der für ein Pfuschel Borde ich kann ja meine Oma besser vor allem verbindet sich das Kabel hier nicht deswegen schaust zack da dam es wäre ein Kabel die Fakultäte war's weil die Fackel ein bisschen die versetzen die verlegen ah das Gummibrand an deswegen ah ich weiß Gummibrand an deswegen verbindet sich das nicht genau naja ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich ganz und gar nicht wo man hier rauskommt ich schätze mal wir haben ein bisschen viel Kärveston auch Kärveston schadet nie ich baue mal eine MFSU für einen Reaktor so da ist man 10 Diamanten glaub ich oder? egal weißt du schon wieder nicht also sowas ich bin ja so vergesslich hier ja ja aber es gibt ja bei mir schon ein Großprojekt hier nicht zu fassen naja jetzt wollte ich schon schreien Gummi wollte ich schon schreien mal statt Raba ja Gummi hat wer Gummi hat Ökonome Gummi ja damit müssen wir mal probieren mit Noppen mit Noppen Kupferkabel mit Noppen ojo 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 Sonst setzen wir die Fackeln neu damit ihr auch schön was sehen könnt was wäre pusher macht ... so da steht die Maschine, das heißt bis hier hin muss auf dem liegen besuchen 2 2 2 gut oder 2 2 2 ok 2 ist gut das recht ganz deine Meinung ich weiß nur wo du redest aber 2 ist gut 2 weil ich dir ein wenig zu wenig gemacht mit einer G-Crystal ja nur wegen dir du hast mich abgelenkt 2 ist gut so sieht alles ganz schön wirr aus hier unten klar aber ist unten drunter alles seine Richtigkeit drunter sieht man nicht so beginnt eine MFSU wer weiß denn das noch machen wir hier wieder zu so jetzt haben wir uns eben hier die schönen Dinger gecraftet die kommen übrigens von dem Mod Minefactory Minefactory Satio genau ach siehst du wie ihr schon seht seht ihr schon wie ihr seht ja wie ihr seht seht ihr nichts da muss ich noch so 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 das ist natürlich so noch nicht ganz richtig das müssen wir gleich noch das ist keine Richtigkeit das ist keine Richtigkeit die genau dem Brauma schwebt hast du gehört ja den bla höh heiroplastik so ey wieder ich wäre mal für so applied- promising automatisch im crafting table dann groß ne Wie meinst du das? Ach so, so ein, so ein, ja, 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 das ist ja geil. Du brauchst für Schaltkreise und so ein Kack, ey, was kein Mensch craften will. Ja, das ist ne gute Idee. Das ist echt nervig hier. Hier war es ja. Auch jetzt so. Okay. Hier wird aus. Du stehst weg da, du stehst im Weg, du Fettsack. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, hier. Du Fettsack, ey. Im Weg, da stehst du im Weg, hier. Mach ich. Sowieso. Wir haben hier den Precision Sledgehammer. Ach so, der Hammer, der komische, dämliche. Ja, 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 ja. Voll dämliche. Den brauchen wir, weil da machen wir nämlich jetzt... Ich brauche eine Labbisse. Zack, zack, zack. Nein. Cooles, okay. So. Ja, wie ihr seht, sind das Förderbänder. Genau, weil wir sind ja faul. Machen. Und wir wollen ja hier noch was Besonderes machen. Und da haben wir die Player Detector. Und das kann ich jetzt schön draufstellen. Und einfach, äh, man kann sich schön gemütlich fahren lassen. Man kann ein bisschen mitlaufen, muss man aber nicht. Zack. So, und dann kommt man nämlich hier schön. Und das wird natürlich dann alles computergesteuert. Ja, so, dass man hier auf den Player Detector schön drückt. Und dann geht's an. Und dann geht's an und ausgehen. Genau. Weil rauf geht aber schneller so runter, oder? Ja. Aber es sieht aus, als würde man eine Treppe hochlaufen. Ja, okay. Voll geil. Und jetzt wieder langsam, zack, schon sind wir da. Und dann ist das Sascha IP auch wieder online. Ich bin gerade bei diesen Oregon oder Origin, oder wie das heißt, da gesehen. Ach, Origone. Genau. Originale. Schauen wir mal die Zeit, wie lange man braucht. 21, 22, 23, 24, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 10 Sekunden. Na, das klappt, ja. Nee, so um die. Ich sag, 7 Sekunden wird ideal sein. Wenn man nicht mitläuft, natürlich. Ja, nee, das mitlaufen, das ist ja dann auch noch so ein extra Bonus, den man haben kann. So, haben wir hier alles süß. Das Kabel ist es überall schön. Ah, okay, 10. 10 Sekunden reicht. Ja, warte mal. Wie geht denn das? Lohr? Wollen wir auch mal hier reingucken in das Ding da? Ja. Oh, ich bin jetzt irgendwie... Oh, ja, guck hier. Wesen ist es gegangen, ey, wenn ich das noch wüsste. Aber in Anführungszeichen? So irgendwie? Nee, da fehlt die Anführungszeichen. Warte, dann ist ja unten, oder? Ja. Nee. Irgendwas habe ich da noch falsch. Äh, es... Jetzt soll ich mal set out, gut. So? Outpup. Also, outpup. Pups. Set outpups. Nee. Ich bin schon... Ich geh mal hier raus. Ich bin schon froh, wenn du deinen Computer-Kraft-Captorial machst und ich das Ganze mal lerne. Nee, weil das ist alles, das sind für mich böhmische Dörfer hier. Wenn ich jetzt die, die hier wäre, der wohl... Ganz... Oder jetzt die Denkzweck. Ach, Menno. Da bin ich echt schon dumme. Ja. Das ist für mich gar nix. Get Output, das kann auch sein. Warte mal, jetzt mal... Fangen wir mal das hier rein. Get Output. Das, das... Nee. Ich bin echt schon dumm, jetzt weiß ich den Buffet nicht mehr. Ähm... Hi, jetzt haben wir's. Aber du hast da nicht... Hast du unter den Computer auch eins ins Kabel gelegt? Bei dem Block. Ja, und direkt unter den Computer. Nicht an Stein, sondern unter den Computer. Okay, ja. For us. Warum setzt der jetzt auf For us? Ich will den auf True haben. For us. Also Get, nee, Set. Guck. Aber nur unter dem Computer sitzt das Ding, gell? Ja, das passt schon so. Aber irgendwie... Get, Set. So, jetzt... Genau, jetzt steht's, ja. Siehste? Ha, ich hab's noch geschafft zu Schluss. Jetzt steht alles und jetzt könnte man... Set Output und... Ah, True, genau. Genau, und wenn du jetzt hinten eine For us reinschreibst... Zack. Dann laufen sie wieder. Und das machen wir eben mit dem Player Detector. Das macht nichts anderes, als ob wir die zwei Befehle ausführen. Genau. Zack, so oben und aus. Jetzt kommt man natürlich nicht drauf. Jetzt müssen wir mal hüpfen, so wie halt... Du hast hier den, wie den Dings da steigen, hast du. Ja, hatten. Zack. Jetzt kann ich noch einmal glatt nochmal schauen. Das Programm. Hochfliegen. Kurz ändern. Output. Wieso wird das weniger, anstatt mehr? Haben wir... Hast du nicht die Solatzeile angeschlossen? Doch. Eigentlich mehr werden, anstatt weniger. Bei dir macht er auch 128. Keine Ahnung, warum die jetzt darum spackt. Weil hier hat unser guter Adcraft ein Brötchen in unseren Schaukasten getan, hier. Ja. Backende Kartoffeln. Ist aber noch alles angeschlossen, hier, oder? Theoretisch. Wo brauchen wir denn im Moment... Verbrauchen wir irgendwo Strom? Ah, okay. Jetzt müssen wir sie natürlich umgekehrt machen. Falsch gemacht. Du, so. Jetzt müssen wir mal so machen. Das wir sagen. Da. Zack. Ja, das wir sagen. Da, dies, das. Strack, er. Da ist er wieder. Da ist er. Da ist er. Unsprechbar. Er macht es wieder mit seinen Computern. Da ist er nicht ansprechbar. Ja, ich muss mal kurz nebenbei das Programm anpassen. Das werden wir dann vielleicht auch irgendwann mal zum Download stellen. Aber mal gucken, wie brav ihr seid. Ja. Und ob euch das überhaupt gefällt, was wir da machen. Kann das sein, dass er sagt... Atomkraft, mein Dank. So. Jetzt ist das Förderband aus. Und wenn ich drauf drücke, geht's an. Aber nur wenn ich drauf drücke. Du bist noch nicht drin. Atomkraft, mein Dank. Und diese Blätter, ey. Immer diese Blätter. Und jetzt... Oh. Die Zeit reicht nicht aus. Ja. Siehste? Ich steck fest. Ich steck fest. Er muss ja fliegen. Für runter reicht's wahrscheinlich. Aber für rauf nicht mehr. Ja. Ja. Der muss ja runter und rauf, oder nicht? Ja, ja. Das mach ich dann. Aber es funktioniert schon mal. Und, äh, falls ihr... Falls ihr irgendwelche Ideen habt, was irgendwelche Projekte oder bla 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 angeht, irgendwas... Schreibt es in die Kommandare. Schreibt es in die Kommandare. Schreibt rein. Hier, macht mal hier... Baut mal ein ohrenliches Klo oder... Scheiß in die Wand oder so. Süßchen mit Airbag-Käse. Oder Schinkenwurst oder Airbag-Käse. Oder... Guck die Wand an. Schreibt uns fett in die Kommentare. Atomkraft, nein danke. Genau, jeder, der gegen Atomkraft ist, schreibt Atomkraft, nein danke. Genau. Jetzt reicht's. Jeder, der dafür ist, schreibt einfach, äh... Atomkraft, ja bitte. Pro Uranium. Pro Uranium. Okay. Geil, ey. Dann war's das auch wieder für diese Folge hier. Haben wir schon wieder nur Mist gemacht. Oh, hier ist so halb an und halb aus oder was? Wo? Ach nee, war nur... Anzeige-Packwähler. Anzeigefehler. Du kannst jetzt draufdrücken, soviel du willst, du kommst dir nicht rein. Kannst du natürlich noch nicht an- und ausmachen, ja. Doch, ich schon. Ja, du, aber ich nicht. Ja, das muss der Programm ändern noch. Welch heil ist das, ey. Aber ich hab's zusammenbekommen. Nur weil ich denn den blinden Befehl nicht mehr genau wüsste, die Schreiber ist. Ja, ja, ist klar. Ja, ich kopier die Befehle einfach normalerweise. Ja, das ist ja, wenn er in seinem Element ist. Psst, aber lass den mal. Hauptsache, der trägt mich dann irgendwann da ein. Ja, mal gucken, ob du brauchst. Da ist ja nie so ein Geheimgang gebaut. Ja, das Kabel schon für unten hin. Da kommt dann das Kabel hin für die MFSU, die wir hier an den Reaktor anstecken werden. Ah, kommt das... Ja, genau, ja, ja, genau. Hier kommt ja... Der Schoam muss ja irgendwo hin, der wir produzieren. Ja, am besten nach oben. Der muss nach oben, das stimmt vollkommen. Ja, ja, du nimmst wieder den Stehenweg. Ich nehm natürlich die Treppe. Der stupst immer von hinten, also... Stößt der? Eins, zwei, drei, ah, hier, hier, hier. Baby, yeah, gib's mir, yeah. Ja, vorbei. Fertig. Ja, so, Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Genau, also, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Ciao.